Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanne, der einzig wahre Nachlese für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanne. Ja, ich habe ja ein Spiel jetzt ausgelassen und zwar war das unser zweites Gruppenspiel gegen Spanien. Haben wir gut gemacht, finde ich, haben die Spanier auch gut gemacht. Es war ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden zweier Mannschaften, wie ich finde, absolut auf Augenhöhe. Nur, ich hatte jetzt einfach mal noch ein paar Tage vergehen lassen, hatte unterschiedlichste Gründe und dann habe ich mir gesagt, nachher war es dann so spät, dass ich gesagt habe, gut, jetzt brauche ich dieses Spiel gegen Spanien jetzt als einzelnes Spiel auch nicht mehr zu analysieren. Dann können wir auch gleich warten auf das Finale, auf das Finale in unserer Gruppe E. Und das war ja nun, ja, heute. Es ist noch heute, aber gut, wenn ihr das Video seht, ist es schon morgen. Also war das Spiel schon gestern. Ja, meine lieben Freunde, was soll ich sagen? Ja, also ich könnte jetzt natürlich zunächst mal sagen, Spanien hat sein Ziel erreicht. Spanien ist Gruppenzweiter geworden. Das ging ja viel in der spanischen Presse rum. Ist es nicht vielleicht besser, Gruppenzweiter zu werden? Dann kann man Brasilien vermeiden. Ich glaube sogar, jetzt spielen sie nur, in Anführungsstrichen, bitteschön, ja, wohlgemerkt, gegen Marokko. Ähm, ja, möglicherweise ist an dieser taktischen Überlegung etwas dran. Ja, wissen wir nicht. Da wollen wir auch nichts unterstellen. Ja, aber ich stelle mal Folgendes fest. Also, ähm, die hochgelobten Spanier. Was unterscheidet diese Spanier zunächst einmal ganz, ganz sachlich und völlig emotionsfrei und auch erstmal analysefrei? Ne, also wenn man jetzt in die Tiefe geht. Wenn wir das alles mal außen vor lassen. Was unterscheidet eigentlich die Spanier bei dieser Weltmeisterschaft vom DFB-Team? Dass sie Costa Rica im ersten Spiel unfassbar hochgeschlagen haben. Also, was in diesem Spiel passiert ist, dass das passieren konnte, weiß ich nicht. Man, Spanien hat in dem Spiel einen guten Fußball gespielt. Ja, keine Frage. Aber sie haben im ersten Spiel jetzt keinen besseren Fußball gespielt als gegen uns. Und gegen uns war es dieses leistungsgerechte Unentschieden. Aber für Costa Rica, ja, oder gegen Costa Rica reichte es dann sogar zu einem 7-0. Also, da habe ich dann auch Fragen. Was war mit Costa Rica im ersten Spiel? Keine Ahnung. Die waren da offenbar noch gar nicht bei dieser WM dabei. Ansonsten, äh, hat Spanien dann, wie gesagt, gegen uns Unentschieden gespielt. Und gegen Japan, genau wie wir, äh, 1-2 verloren, ja. Also, na, der einzige Unterschied ist, Spanien schlägt Costa Rica 7-0. Wir schlagen Costa Rica 4-2. So, und damit, ähm, ist natürlich Spanien logischerweise weiter, ne? Völlig klar. Ähm, am Ende, ja, äh, am Ende der heutigen Spiele hätte ich mir ja schon wirklich, äh, aufgrund der 2-1-Führung der Japaner ja beinahe gewünscht, äh, äh, dass wir diese Tore gegen Costa Rica nicht mehr machen, ja. Ja, denn es wäre ja auch recht charmant gewesen, wenn wir dann gegen Costa Rica 2-1 oder 3-2 verloren hätten, womöglich. Ja, dann hätten wir Spanien eben auch, hätten wir mit Spanien gemeinsam, ja, nach Hause Richtung Westen fliegen können. Nun gut, okay, also das hört sich jetzt natürlich alles so an, als wenn ich es völlig ungerecht finde, dass die deutsche Mannschaft jetzt nicht, äh, im Achtelfinale ist. Nein, ist es natürlich nicht. Die Leistung der deutschen Mannschaft hat einfach nicht ausgereicht. Oh, guck mal, der Kragen, der steht ja hier so hoch, sieht ja auch doof aus. Man muss den hier vielleicht mal mit so einer Sicherheitsnadel festmachen, ja. Ja, hatte man bestimmt früher, 74, ja, da kam der Zeugwart mit der Sicherheitsnadel. Nun gut, egal, komm. Ähm, also, nein, also die Leistung hat sicherlich nicht ausgereicht, äh, um, ja, also auch zu Recht, äh, nicht ausgereicht, ja, äh, um da, äh, wirklich weiterzukommen, weil man eben einfach, sagen wir mal, auch, wie gesagt, lassen wir mal Spanien außen vor, dass die jetzt auch verloren haben, wie und warum auch immer, äh, geplant taktisch, oder ist egal, es ist, es ist eh müßig, ja, sich mit den Spielen der anderen zu befassen. Das muss man alles nicht, ja, das gilt ja für die Bundesliga genauso. Es ist doch völlig wurscht, ja, was die direkten, was die direkten Konkurrenten, äh, um die Meisterschaft, also, na, betrifft jetzt nicht uns, Herr Tana, aber eben andere, die da oben stehen, was die machen oder eben, was uns Herr Tana betrifft, ist es völlig egal, ja, was die direkten Konkurrenten machen, wenn es gegen einen Abstieg geht, man muss und darf und sollte immer nur auf sich selber gucken, ja. Und da haben wir halt eben natürlich, ja, im ersten Spiel etwas gemacht, was man einfach bei keiner WM-Endrunde machen darf in der Gruppenphase, man darf das erste Spiel nicht verlieren. Also, wenn man es schon nicht gewinnt, weil das muss natürlich das absolute, äh, oberste Ziel sein und in der Regel sind die Partien, ja, bei diesen Endrunden ja auch so angelegt, in der Gruppenphase, dass das erste Spiel, äh, für die Favoriten jetzt ja auch immer ein Spiel ist gegen die vermeintlichen nicht so Favoriten, ne, also die, die, das erste Gruppenspiel war nun natürlich nicht Deutschland gegen Spanien, ne, sondern eben Deutschland gegen Japan und Spanien gegen Costa Rica, so. Und dieses erste Spiel darfst du unter gar keinen Umständen verlieren und wenn du es schon, äh, nicht gewinnst, dann musst du wenigstens einen Punkt holen und schon sieht die Sache natürlich anders aus, ja. Und dann darf man natürlich zudem auch nicht vergessen, dass wir ja erst in diese Situation gekommen sind, heute es noch, äh, eventuell schaffen zu können, weil Costa Rica, ja, dieser Wahnsinns-Coup gelungen ist, Japan zu schlagen, damit war ja nun auch nicht zu rechnen, ja, und wenn das nicht passiert wäre, äh, wäre die Sache ja sowieso schon, ja, fast ja schon gar kein Thema mehr gewesen. Also deswegen, ähm, ich will deswegen da auch jetzt gar nicht weiter rumreiten, darauf, warum Spanien nun heute das Spiel verloren hat. Ich will ja trotzdem nur sagen, so viel besser als wir waren die Spanier nun nicht, abgesehen davon, dass sie Costa Rica im ersten Spiel abgeschlachtet haben und wir heute wieder einmal große Probleme hatten gegen einen vermeintlichen Underdog, ja. Aber das soll die, die, die Leistung insgesamt von Costa Rica nicht schmälern und vor allen Dingen soll es die Leistung von Japan nicht schmälern und an die Japaner wirklich, äh, einen absolut ganz, ganz großen Glückwunsch, ja, ähm, zum, zum Gruppensieg, also Wahnsinn, ja, wie die, äh, wie die wirklich bisher hier gespielt haben. Also ich wünsche den Japanern einfach, dass sie irgendwie, wie auch immer, ich weiß gar nicht, gegen wen sie dann spielen werden, ähm, aber ich wünsche denen einfach, dass sie das Achtelfinale auch noch packen, ja, also wirklich, äh, die Japaner haben es einfach verdient, ja, also wer sie, wer, wer solche Spiele macht, über, über, muss man sich mal vorstellen, ja, Japan schlägt Deutschland und Spanien, also mehr kannst du ja eigentlich in der Fußballwelt ja kaum erreichen, ja, also das ist wirklich absolut großartig, absolut Respekt, äh, vor, vor, vor dieser Leistung und ich wünsche ihnen wirklich alles Gute weiterhin, ja, also ich werde, wenn Japan spielt, gegen wen auch immer, werde ich für Japan sein, das kann ich hier schon mal so, wie ich hier sitze, äh, zu 100% versprechen, na, ja, und ansonsten, ähm, ja, wir, wir reihen uns ein, ne, in die Reihe der, äh, Favoriten oder Geheimfavoriten, ja, die waren teilweise so geheim, dass es keiner wusste, ähm, die eben auch raus sind, bislang, äh, Dänemark und Belgien beispielsweise, ne, das ist jetzt zwar für uns nicht besonders beruhigend oder, oder, oder besonders toll, dass wir uns jetzt freuen können, ähm, Argentinien hat es ja nur noch, äh, knapp hinbekommen, äh, sich zu qualifizieren für das Achtelfinale, aber naja, gut, okay, äh, wir sind nicht, äh, ganz allein, ja, äh, als, als, äh, die, die allein Dödels, ja, die jetzt hier wieder einmal, wie 2018, äh, die Gruppenphase nicht überstanden haben, ja, ähm, ja, also meine Tipps übrigens, wenn ihr euch das Video nochmal anguckt, ja, ähm, dieses Video WM-Gruppen und so weiter, da habe ich ja meine Tipps für Platz 1 und 2 abgegeben, meine Güte, ja, da lag ich ja wirklich, also fast überall, nicht überall, glaube ich, ne, ich muss nochmal gucken, aber fast überall völlig daneben, ja, ähm, ja, aber auf der anderen Seite kommen, also wie gesagt, für mich bricht jetzt nun absolut, nun definitiv keine Welt zusammen, ja, äh, weil in allererster Linie bin ich ja Herthaner und das, das Schicksal von Hertha ist für mich das, das das Wichtigste, ja, dass wir also auch diese Saison in irgendeiner Form zumindest dahingehend überstehen, dass wir den Klassenerhalt schaffen, das ist natürlich das, was vordergründig ist, die, äh, ja, die Nationalmannschaft ist natürlich eben einfach mal nochmal so ein, so ein schönes Goodie obendrauf, da freut man sich natürlich auch und, und je, je mehr es natürlich in Richtung Finale geht, desto mehr fiebert man natürlich mit und ja, na klar, ja, und wenn man dann im Finale ist und verliert so ein Finale, dann bricht schon eine Welt zusammen, normal, ja, also wenn man Fußball liebt und, äh, einem, ein, ein, ein kleines bisschen Rest, äh, äh, Nationalfußballstolz und Gefühl noch, äh, da ist, ja, so wie es ja in allen anderen Ländern dieser Welt auch ist, dann ist das natürlich schon dann entweder sehr, sehr traurig, wenn man es nicht schafft oder aber eben sehr, sehr toll und großartig, wenn man es schafft, also ich erinnere mich noch zuletzt an 2014, äh, Offenkudamm, das war eine geile Nacht gewesen nach unserem WM-Sieg, ja, das war schon, war schon toll, ich weiß nicht, wer von euch alles damals dabei war, aber wir waren stundenlang auf dem Kudamm, ja, es war, es war Wahnsinn, es war irre, ne, und, ähm, ja, so, nun sind wir halt eben nicht mehr, äh, dabei, ähm, ja, sicherlich, äh, natürlich, klar, äh, zu Recht, weil, ähm, wir einfach, also, es geht ja nicht darum, dass du Chancen kreierst, das ist wichtig, ja, weil ohne, wenn du keine Chancen kreierst, dann kannst du vorne auch nicht treffen, aber wenn du natürlich viele Chancen kreierst und halt eben doch im Abschluss vorne so, ja, äh, so sehr failst, ja, dann, 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 dann ist es schwierig, ne, und wenn du dann auf der anderen Seite halt eben auch noch solche Abwehrschwächen, Abwehrschwächen zeigst, ich meine, äh, ja, das war ja teilweise auch schon, das hat mich auch so ein bisschen an unsere Hertha erinnert, ja, ähm, also, das ist dann, äh, äh, schon eine Sache, wo du, wo du sagst, ei, 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 ja, das ist, äh, das darf so nicht sein, ja, und dann vor allen Dingen auch nicht, sagen wir mal, gegen Gegner, die jetzt nun auch nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie jetzt die absoluten Abräumer sind im gegnerischen Strafraum, also, da gab es einfach viel zu viele, äh, Sachen, die, die, die nicht gut funktioniert haben, und ich bin mir auch, ich bin mir auch ziemlich sicher, also, wenn wir das jetzt heute glücklich oder, sagen wir mal, was heißt glücklich, sagen wir mal, dadurch geschafft hätten, dass Spanien einfach einen ordentlichen Job abgeliefert hätte im letzten Spiel und nicht, äh, verloren hätte jetzt, äh, gegen, äh, Japan, denn ich sage mal, ein Unentschieden hätte uns ja, glaube ich, bei einem, äh, bei zwei Tore plus Differenz gegenüber Costa Rica ja schon gereicht, um uns auch eben zu qualifizieren für das Achtelfinale, aber, also, selbst wenn das passiert wäre, ja, ähm, dann glaube ich, ja, gut, okay, äh, dann wäre, sagen wir mal, Gegner Marokko, äh, gewesen, hätte man vielleicht noch hinkriegen können, aber so, wie ich Marokko gesehen habe, ich habe ja nahezu alle Spiele gesehen, also, mh, das wäre auch schon gar nicht leicht geworden, da hätte man also mit Sicherheit eine Leistung aufrufen müssen, wie gegen Spanien, ne, denn eine Leistung wie gegen Japan oder Costa Rica, äh, über weite Strecken hätte sicherlich auch gegen Marokko nicht gereicht, das sind richtig gute Jungs, die da spielen und dann wäre, also, wenn man das vielleicht geschafft hätte, Achtelfinale wäre, denke ich mal, im Viertelfinale, egal, fast gegen wen auch Schluss gewesen, ne, also, dann wäre die Bilanz jetzt natürlich für die, für das, für den DFB und auch für Hansi Flick natürlich ein bisschen besser gewesen oder auch für Oli Bierhoff, äh, so, nun ist es halt eben, dass, zweite aus nach 2018 in der Gruppenphase, naja, das, äh, ist natürlich jetzt schon gerade im Hinblick auf die, äh, in zwei Jahren bei uns stattfindende, ähm, Europameisterschaft natürlich jetzt nicht so ein tolles, äh, Ding, ne, also, ähm, da, äh, äh, muss, muss jetzt wirklich, äh, eine Menge passieren in den nächsten zwei Jahren, dass man da also vor allen Dingen auch guckt, äh, wie kriegt man es hin, die, die, die Abwehr da einfach besser in den Griff zu kriegen, naja, und vorne eben auch, also, Füllkrug, ne, äh, äh, ja, für, für, für mich klasse, ja, äh, äh, eigentlich für mich ist Füllkrug so der, der, der Gewinner, wenn man überhaupt von einem Gewinner reden kann, aber Füllkrug ist für mich so der Gewinner, äh, äh, der, 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 der WM im deutschen Team, ähm, ähm, hat mir richtig, richtig gut gefallen, ja, äh, macht, macht seine Tore, äh, wenn er sie machen muss, Musiala, äh, ich weiß nicht, ob wir, ob wir, ob wir, wer es alles weiß, also, ich, 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 ich liebe den ja, ich mag den ja, Musiala, ich finde den großartig, aber er ist eben noch nicht so weit, ne, also Musiala erinnert mich in den Spielen immer sehr an unseren ausgeliehenen Ejuke, ja, ja, er dribbelt und macht und super und kommt an zwei, drei Leuten vorbei und entweder verzettelt er sich beim vierten oder er bekommt den Abschluss hin und dieser Abschluss geht dann immer irgendwo weit am Tor vorbei oder meist weit oben drüber, also da ist noch Luft bei Musiala, wenngleich ich natürlich sagen muss, bei Bayern hat er ja auch schon, äh, das ein oder andere Mal auf jeden Fall getroffen, ähm, ich sag mal, dieser Bayern-Blog, von dem ich von Anfang an ja so überzeugt war, ich glaube, es waren ja sieben Leute, ähm, ähm, ja, der hat einfach auch nicht so performt, äh, bei dieser WM, wie er hätte performen können, ja, oder sollen, ne, das ist so ein bisschen, so ein, so ein Abbild auch der Bayern, äh, überhaupt in dieser Saison, äh, in der Champions League, okay, sind sie mega, ja, also da absolut gar keine Frage, ähm, gut, ja, im, 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 im DFB-Pokal machen sie halt ihr Ding, aber, äh, in der Bundesliga waren sie doch häufig Wundertüte, ne, äh, haben sich jetzt zuletzt ein bisschen stabilisiert, aber, äh, da muss ich schon sagen, da hätte ich mir absolut mehr erwartet davon, denn ich bin ja schon auch immer ein großer Freund von, 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 von solchen Blöcken in der Nationalmannschaft, ja, Spieler, die da einfach eingespielt sind, die einfach eben wirklich, äh, im Verein jede Woche zusammen trainieren, und da hätte einfach mehr kommen müssen, ja, äh, Müller, ja, auch einer, den ich sehr, äh, mag, äh, wahrscheinlich, vielleicht war es jetzt auch wirklich sein letztes Länderspiel, womöglich, alter, hätte er ja auch, hat mich leider, leider auch nicht überzeugt bei der WM, äh, ja, Hansi hat an ihm festgehalten, verstehen, verstehe ich auch irgendwo, hätte ich, hätte ich vielleicht auch, wenn gleich ich sagen muss, gerade beim Thema, äh, Müller, Füllkrug, also ich persönlich, wenn ich Bundestrainer gewesen wäre, wenn ich an Hansis Stelle gewesen wäre, ich hätte, äh, trotzdem, ähm, heute nicht Müller, sondern ich hätte Füllkrug von Anfang an gebracht, ja, denn, ähm, Hansi Flick hat es ja begründet, dass er Müller bringt, ja, wegen der größeren internationalen Erfahrung, okay, also ich sag mal, wenn es gegen Brasilien, Argentinien, Spanien, Frankreich gegangen wäre, hätte ich vermutlich auch begonnen, ja, mit Müller, aber gegen Costa Rica, äh, hätte ich gesagt, okay, komm, wir wollen heute auf möglichst viele Tore gehen, gegen Costa Rica, da hätte ich, entweder hätte ich Müller draußen gelassen, oder ich hätte von Anfang an vielleicht eine andere Situation geschaffen, dass, 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 dass womöglich ich mit Müller und Füllkrug spiele, ja, wäre auch eine Variante gewesen, dann hätte man da, äh, in der anderen Reihe ein bisschen was verändern müssen, also ich hätte Füllkrug von Anfang an gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, naja, gut, und Havertz, nachdem er reinkam, sieht man ja auch, ne, auch waren Auswechselspieler, ja, äh, oder Ergänzungsspieler, wie man so schön sagt, der ja dann auch seinen Job gut gemacht hat, also vielleicht, vielleicht hat man da von Anfang an heute, äh, auch nicht so immer hundertprozentig auf die, auf die richtigen Leute gesetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber zum Thema, ähm, zum Thema Hansi Flick, also, ähm, Hansi hat ja selber gesagt, er will gerne weitermachen, äh, hat er natürlich nicht alleine in der Hand, kommt ja darauf an, was der DFB dazu sagt, aber wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich, ähm, habe Vertrauen in Hansi Flick, ähm, und ich denke schon, dass er auf jeden Fall weitermachen sollte und, äh, hoffe dann eben auch, dass er es bis, äh, 2024, ähm, hinbekommt, da also wirklich eine, ne, ne, eine Truppe zusammenzuschweißen, die dann auch, äh, gerade bei der Heim-EM wettbewerbsfähig, äh, genug ist, also um die, die, die Gruppenphase nicht nur zu überstehen, sondern dann wirklich so weit zu kommen, wie ich es ja eigentlich, äh, vor diesem Turnier auch dachte, dass wir es hier schaffen, ne, also für mich war, ja, Deutschland auf jeden Fall, ähm, eine Mannschaft, die ins Halbfinale, äh, kommen kann, ja, gut, ist jetzt nun, sind wir nur ein Stückchen weit weg, aber wie gesagt, jetzt, äh, auch nun sollten wir jetzt hier nicht, finde ich, zu, zu große Schmach jetzt hier, äh, über, über, über unser Team bringen, weil, ja, das Einzige, was uns von Spanien unterscheidet, ist, ja, ja, dass sie halt eben in der Tordifferenz, äh, fünf, äh, Tore mehr, äh, Differenz, äh, haben, sich, äh, durch den 7-0-Sieg, äh, erspielt haben, äh, gegen Costa Rica als wir, ja, weiß immer noch nicht, wie sie es gemacht haben, keine Ahnung, ja, aber okay, so mehr war es auch nicht, ne, aber gut, am Ende zählt das, ja, äh, und am Ende haben sie es ja dann auch, äh, äh, ganz gut, hingekriegt, dass sie dann, äh, mit einer Niederlage gegen Japan auf dem zweiten Platz sind und nicht gleich gegen Brasilien antreten müssen, nämlich sage ich mal eins, wenn die Spanier, ähm, diese Form, die sie auch jetzt gehabt haben in diesen Gruppen spielen, wenn sie in dieser Form weiterspielen, dann, ähm, wird es definitiv nichts mit dem, mit dem WM-Titel, dann kommen sie für meine Begriffe, wenn sie so weiterspielen, nicht mal ins Halbfinale, ja, also da müssten sich die Toros, ja, äh, äh, dann durchaus auch noch steigern, denn so dolle war es nicht, die, die mich bisher, also, ja, spielerisch überzeugt haben, waren, äh, auf jeden Fall die Franzosen, ja, vorausgesetzt, die spielen nicht mit ihrer B-Elf, ja, dann verliert man auch schon gerne mal gegen Tunesien, aber ansonsten, ja, ähm, die Ding gemacht, aber die sehe ich trotzdem, äh, nicht, äh, irgendwo da im Finale oder so, ähm, wahrscheinlich nicht mal im Halbfinale, die Brasilianer, die ich anfangs überhaupt nicht auf dem, auf der, äh, Rechnung hatte, ja, die, äh, waren okay, aber auch da muss ich sagen, hätte ich mir auch mehr erwartet, im letzten Spiel haben sie mich auch nicht so wahnsinnig überzeugt, also, ich sage mal so, Deutschland ist jetzt raus, ähm, ich habe jetzt, äh, ja, schon klar gesagt, meine Daumen drücke ich jetzt für Japan, dass sie so weit wie möglich kommen, natürlich gewinnen sie nicht den Titel und kommen wahrscheinlich auch nicht ins Halbfinale, aber cool wäre es ja, äh, nein, ich drücke jetzt natürlich erstmal den Japanern die Daumen und ansonsten werde ich in diesem Turnier wirklich allen, ähm, tatsächlichen oder vermeintlichen Außenseitern, ähm, solange es geht und solange sie drin sind, die Daumen drücken, egal, wer es auch immer ist, ja, ähm, denn da haben sich ja nun wirklich auch einige andere, äh, qualifiziert, fürs, fürs, ähm, fürs Achtelfinale, ähm, womit man ja auch nicht so gerechnet hätte, ne, und, äh, ja, dann fliegen wir gemeinsam erstmal dann mit Dänemark und Belgien, äh, aus, äh, aus Katar zurück, äh, nach Deutschland und Dänemark und Belgien, ja, Kopenhagen, Brüssel oder so, ne, und die Deutschen fliegen, weiß gar nicht, wo fliegen die eigentlich hin, na, äh, äh, Frankfurt, ne, ja, ich glaube Frankfurt immer, ne, und dann trennen sich die Wege, ja, apropos Dänemark, ja, immerhin an unsere Hertha-Fans, ja, wir können, äh, dann zumindest sagen, ja, unser Olli Christensen kommt auch wieder zurück und kann dann rechtzeitig noch, äh, bei uns mittrainieren und, äh, ein paar Tage, äh, dann danach sich ausruhen, bevor alles wieder weitergeht bei uns, ne, also wir haben dann alle wieder bei Sammeln. Ja, meine lieben Freunde, das, äh, war es jetzt, ähm, gucken wir mal, ich werde mich mit Sicherheit noch mal zur WM melden, ja, wenn, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, Japan Argentinien 11 zu 0 geschlagen hat oder was auch immer, ja, dann kommt natürlich noch mal ein Herr Tana, ein WM-Herr Tana, ja, ja, ansonsten wünsche ich euch allen ein, äh, schönes, ne, warte mal, haben wir schon Wochenende, Freitag, naja, steht vor der Tür, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder, ja, alles Liebe, ja, und an meine Herr Tana, äh, ein Hauhe und an euch alle, na, macht es gut, bis die Tage, ciao, ciao. Musik 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 Musik